Wir sprechen in diesem Video mal über ein Thema, das wirklich jede und jeden betrifft, nämlich den Stromverbrauch bzw. Stromspartipps. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem sogenannten dynamischen Stromtarif, mit dem du richtig Geld sparen kannst, wenn du es richtig anstellst. Ich erkläre dir gleich alles Wichtige dazu. Außerdem verrate ich dir im Video noch ein paar nützliche Tipps, wie du im Alltag ohne allzu großen Aufwand deinen Stromverbrauch reduzieren und damit zusätzlich Stromkosten sparen kannst. Los geht's, ich bin Felix von Finanzen der Drahtgeber. Schön, dass du dabei bist. Bleib dran, es lohnt sich. Lass uns direkt mal auf das eben schon angesprochene Thema dynamische Stromtarife schauen. Das ist nämlich eine ziemlich spannende Sache und die gute Nachricht für dich als Verbraucher, jeder Energieversorger muss ab 2025 einen solchen Stromtarif anbieten. Klären wir erstmal die Basics. Was ist ein dynamischer Stromtarif? Bei einem dynamischen Stromtarif zahlst du keinen festen Strompreis, sondern der Strompreis richtet sich nach der aktuellen Nachfrage im Stromnetz und dem Angebot. Also daran, wie viel Strom gerade zur Verfügung steht und wie viele Leute ihn gerade nutzen wollen. Das bedeutet, wenn es viel Angebot und wenig Nachfrage gibt, dann sinken die Preise. Andersrum steigen die Preise natürlich auch, wenn die Nachfrage besonders hoch ist, zum Beispiel abends, wenn alle nach Hause kommen und Lichter, Fernseher, Waschmaschine usw. nutzen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie genau funktioniert so ein dynamischer Stromtarif und wie kannst du ihn optimal nutzen? In der Regel nutzt du spezielle Stromzähler oder auch Apps, die dir in Echtzeit zeigen, wie der aktuelle Strompreis aussieht. Bei manchen Anbietern kannst du sogar Stundenpreise im Voraus einsehen und kannst so planen, zu welcher Zeit du zum Beispiel deine Waschmaschine, deinen Geschirrspüler oder die E-Autoladestation am besten benutzt. Das heißt natürlich auch, dass du ein bisschen Flexibilität mitbringen musst, wenn du das volle Sparpotenzial ausschöpfen willst. Wer seine großen Stromfresser nur dann einschaltet, wenn der Strom besonders günstig ist, der kann tatsächlich ordentlich sparen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass du im Idealfall locker mal 20% deiner Stromkosten einsparen kannst, wenn du so einen dynamischen Stromtarif wirklich konsequent nutzt. Ein weiterer Vorteil, du leistest auch einen Beitrag zum Klimaschutz, denn die dynamischen Stromtarife, die fördern die Nutzung erneuerbarer Energien. Das heißt, wenn besonders viel Wind- oder Solarstrom im Netz ist, dann sinken die Preise. Ich verrate dir jetzt gleich nochmal drei weitere Tipps, wie du zusätzlich Strom sparen kannst. Vorher noch eine kleine Bitte an dich. Like und teile dieses Video bitte, wenn es dir gefällt. Und wenn du dich für mehr solche Erklärvideos interessierst, dann abonniere auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal. Hier erscheint jede Woche ein neues Erklärvideo rund um deine Finanzen. Am besten aktivierst du auch die Glocke, dann verpasst du nämlich auch kein Video mehr. Kommen wir zum ersten Tipp. Hol dir deinen Strom zur richtigen Zeit. In der Regel sind die Preise am frühen Abend am teuersten, also so zwischen 17 und 20 Uhr. Da wird besonders viel Strom verbraucht, sprich die Nachfrage und dementsprechend auch die Preise sind dann besonders hoch. Dem kannst du natürlich aktiv entgegenwirken. Also lass die Waschmaschine oder die Spülmaschine mit dem dynamischen Stromtarif eher vormittags laufen. Da ist nämlich die Nachfrage sehr viel geringer. Dein E-Auto solltest du, wenn möglich, über Nacht laden. Damit verbunden auch unser zweiter Stromspartipp. Wenn du die Möglichkeit hast, dann nutzt die Funktion deiner smarten Haushaltsgeräte. Mittlerweile lassen sich ja wirklich viele Geräte per App steuern. Das heißt, du kannst im Zweifel deiner Spülmaschine sagen, wann sie laufen soll. So kannst du nämlich den ersten Tipp ganz einfach in der Praxis umsetzen. Starte deine Geräte mit Smart Home Funktion einfach genau zu der Uhrzeit, zu der du am wenigsten für den Strom zahlst. Unabhängig davon, ob du jetzt so einen dynamischen Stromtarif nutzt oder nicht, solltest du unbedingt auch den dritten Spartipp beachten. Optimiere deinen Stromverbrauch im Alltag. Du solltest zum Beispiel deine Lampen daheim auf LED umrüsten. Das ist erstens langlebiger und damit nachhaltiger. Und zweitens verbrauchst du so sehr viel weniger Strom als mit klassischen Glühbirnen. Ein anderes Alltagsbeispiel, wenn du Wasser erhitzen willst, um zum Beispiel Nudeln zu kochen, dann nutz dafür den Wasserkocher. Das ist energetisch sehr viel sinnvoller und sparsamer, als das Wasser auf dem Herd zu erhitzen. Eine weitere sinnvolle Stromsparmaßnahme sind Steckerleisten mit Ausschaltfunktion. So kannst du nämlich vermeiden, dass viele deiner Geräte permanent in der Standby-Funktion laufen, denn auch das kostet ordentlich Strom. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du deinen Fernseher das ganze Jahr über immer im Standby-Modus hast, dann kostet dich das laut dem Vergleichsportal Verivox rund 36 Euro pro Jahr. Wohlgemerkt nur für dieses eine Gerät. Bei Computermonitoren oder Stereoanlagen sind es ähnliche Beträge. Da kommt also ganz ordentlich was zusammen. Also du siehst, es gibt wirklich viele einfache Maßnahmen, um beim Stromverbrauch ordentlich Geld zu sparen. Schau am besten gleich auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich dir unseren Ratgeberartikel verlinkt mit vielen weiteren Spartipps. Und du findest dort auch einen direkten Link zu Check24. Da kannst du ganz bequem den günstigsten Stromtarif für dich finden. Und wenn du deine Stromspartipps mit uns teilen willst, dann nur zu schreib uns gerne einen Kommentar unter dieses Video. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, denk dran unseren Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal, dein Felix von Finanzennet Ratgeber.